Hallo und willkommen zurück, mein lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, wir sind groß dabei, äh, Truppen aufzubauen hier. Die Rune befiehlt. Hier, folgt mir, um mir nach, den letzten Widerstand an Eis hat ihn hier zu brechen und Quake zu befreien, der auch immer noch hier in der Mitte rumpaust. Und los! Und los! Vorwärts! Ja, wir gucken, dass wir erstmal unsere Truppen wieder vereinigen. Mir nach! Auf mein Zeichen! Hier! Sofort! Mir nach! Folgt mir! Geht es los? So, da haben wir schon sieben, sind wir bei 32, also acht, bauen wir von denen noch. Eine Einheit wurde aufgewertet. Und vielleicht noch fünf Windschützinnen. Oder ich nehme... Oh, wir haben unseren Titan zurück. Wer ruft mich? Wer ruft mich? Aus dem Weg! Na ja, mal gucken, ob ich... Also hole ich erstmal fünf Wanderinnen. Fünf, ja. Fünf, ja. Weil, wie gesagt, Linie ist gerade sehr... Mangelware. Was? Gut. Oh! Ich muss ein bisschen an das habe ich... Im Körger. Oh! Ah! Was? Oh! 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 Ich muss ein bisschen... Oh! 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 Oh ja, da kommt noch Malenia. Da können wir noch eine Windschwitz hin. Wie gesagt, mit Heilern beschäftige ich mich nicht, weil wir haben nicht genug Lenia für Druiden. Und ja, ich hätte das Lenia auch für Druiden nutzen können, statt für Windschützen, aber ich habe lieber mehr Feuerpower. Befehlt. Was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? Nur zu. Mein Bogen für die Rune. Was soll ich tun? Elends Segen. Mein Bogen für die Rune. So, und jetzt noch die anderen dazu. Ja, zur Seite. Ah, wo ist mein Schattenkrieger? Krieger. Ist er überhaupt hier irgendwo? Bereit. Nö. Einer hier oben rumgeistert. Auf mein Kommando. Vorwärts. Ja. Auf mein Zeichen. Schnell. Sofort. Mir nach. So, damit sollten wir es dann jetzt eigentlich schaffen, da keine Verstärkung mehr kommt. Und wir sie ja schon auch ein bisschen dezimiert haben. Schnell. Mir nach. Folgt mir. Mir nach. Schließ die Reihen. Hint fort mit uns. Schlagt sie zurück. Die Diener der Nacht sind hier. Für die Freiheit. Ihr seid schwach. Schließ die Reihen. Hint fort mit uns. Halte durch, Männer. Ja, was auf jeden Fall gefährlich ist jetzt die Nacht, Mare. Sie sind überall. Hint fort mit uns. Halte durch, Männer. Schließ die Reihen. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Zu Befehl. Auf meinem Befehl. Folgt mir. Vorwärts. So. Das war die erste Truppe. Schnell. Vorwärts. Ist jetzt sogar der Blitz in die Höhle eingeschlagen. Schnell. Für die Rune. Sie sind überall. Sie sind überall. Werd euch, Schwestern. Haltet durch, Männer. Die Ahnen rufen uns. Die Diener der Nacht sind hier. Schlagt sie zurück. Lasst sie nur kommen. Sie sind überall. Feinde. Haltet durch, Männer. Auf dem Weg. Verstärkt. Die Teile ist durch mich reichen. Verstärkt die Deckung. Ihr seid schwach. Sie sind überall. Die Teile ist durch mich reichen. Okay. Hint fort mit euch. Ja. Ihr seid schwach. So. Auf meinem Befehl. Vorwärts. Hier. Hint fort mit euch. In die Schlacht. Kriegsherr und noch zwei Nachtmache. Hier. Hint fort mit euch. Noch zwei Nachtmache. Hier. Die Teile ist durch mich reichen. Die Teile ist durch mich reichen. Ich höre. Ja. Folgt mir. Bringen wir es zu Ende. Ja. Auf mein Zeichen. Und los. Hier weiter nach oben. Wer ruft mich? Lass sie nur kommen. Auf meinem Befehl. Vorwärts. Auf mein Kommando. Mein Bogen für die Rune. Zu allem entschlossen. Ja. Zur Seite. Auf mein Zeichen. Sofort. Okay. Schnell. Für die Rune. Hint fort mit euch. Es sind zu viele. Hint halt zu mich reichen. Mehr davon. Los. Wir sind in Gefahr. Auf mein Befehl. Los. Ja. Nie teilst du mich reichen. Hint fort mit uns. Und der ist auch schon wieder gestorben. Hint fort mit uns. Oh. Sind die Nachtware schon da? Nie teilst du mich reichen. Ihr seid schwach. So. Jetzt können wir beim Quake befreien. Nie teilst du mich reichen. Erfahrungsbunkte erhalten. Äh. Ich möchte mit Quake reden. Ich hätte nicht erwartet, euch wiederzusehen, Freund. Es ist lang her, Craig. Allerdings. Ich habe gehört, was nach der Schlacht um Fijara geschehen ist. Habt ihr den Phönixstein an euch genommen? Ja. Ich trage ihn seitdem bei mir. Es war richtig von euch nicht mehr nach Nortanda zurückzukehren. Man hätte euch nur des Phönix wegen gejagt. Aber weshalb seid ihr jetzt hier? Ich bin hier, um den Zirkel ein Ende zu machen. Dann ist es also wahr. Der Maskierte ist ein Zirkelmagier. Ja. Sein Name ist Hohkan Aschir. Und er erweckt im Knochentempel die anderen des Zirkels. Aber nicht mehr lange. Dann ist das also euer Schicksal. Dafür habt ihr eure Last bis jetzt getragen. Ich glaube, niemand hatte jemals eine schwerere Aufgabe vor sich als ihr jetzt. Ich würde euch gerne beistehen. Aber meine Gefangenschaft hat mich geschwächt. Ich wäre euch nur eine Last. Ich fürchte, diesmal werden wir uns nicht wiedersehen, Freund. Mögen die Götter mit euch sein. Ich habe das Siegel der Norkain für euch. Nors Auge das Siegel. Wer hat es euch gegeben? Schein Talach schickt mich. Es ist an der Zeit für euch, zu eurem Volk heimzukehren. Ihr müsst die Norkain davor bewahren, sich selbst zu vernichten. Mein treuer Schein. Ich und Heimkern. Dieser Träumer. Ich würde nicht einmal die Hauptstadt erreichen. Ich habe zu viele Feinde. Aber euer Volk braucht euch. Und ich werde dem Ruf folgen. Aber alles zu seiner Zeit. Noch bin ich zu schwach zum Reisen. Ihr müsst das Siegel dem Botschafter meines Volkes in Empyria bringen. Er soll alles für meine Heimkehr vorbereiten. Zeigt dem Botschafter das Siegel. Es wird euch die nötige Autorität verleihen. Aber gebt es ihm nicht. Ich folge euch, sobald ich wieder bei Kräften bin. Okay. Ja. Sucht die Botschaft der Dunkelheft in Empyria auf. Quake bittet euch das Siegel dem Botschafter der Dunkelheft in Empyria zu zeigen. Er soll alles für Quakes Rückkehr in die Heimat vorbereiten. Mhm.